Kali, du hast es schon erworben gemacht, jetzt hat dich die Stella Croix vertrieben. Du kannst jetzt zugucken, wie die schön weitergräbt. Was sagst du dazu, Kali, du hast die ganze Arbeit gemacht, das ist gemein, das ist so gemein. Schatzi, was ist los? Au, oh, Kali, das war mit der Kralle voll durchs Gesicht, mach mal langsam. Zappel nicht so, ich kann nicht fester. Au, du bist ein Schmieterköter. Au, der Philipp hatte schon recht, dich als Gangster zu bezeichnen. Au, wie Stella schießt. Kali in Deckung. Stella, du bist ein Mädchen, hält man seinen Hintern nicht so in die Kamera. Ah, Schnauzi ist auch mal wieder wach geworden. Gibt jetzt auch mal wieder zwei Minuten Hyperaktivität. Da schmeißt die mich voll Dreck. Hilfe. Hilfe. Ist schön, das ist ja Kali, klammer dich ruhig an meinem Bein. Ist gemein, ne? Haben sie einfach deine Löcher kassiert. Du hast so schön Vorarbeit gemacht, ne? Ich wollte dich eigentlich in dem Loch filmen, ne? Weil das fast so tief war, wie du groß bist. Ja. Was los, Kleiner? Willst du auf den Arm? Ja, ich nehme dich ja schon auf den Arm. Komm hier. Ja, komm hier. Ich komm hier. Komm hier, Kleiner. Ui. Komm hier, komm hier. Komm hier, Kleiner. Komm hier, ich muss los. Ja, Kalimäen, ne? Wollt los Kalimäen. Ja. 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 Steli, ja, fein, ne? Das macht Laune, ne? Ja. Hat euch der Kali jetzt was ganz Tolles beigebracht, ne? Fast zwei Jahre lang hat hier keiner Löcher gebuddelt. Du bringst selbst den Schnauzen auf blöde Gedanken, ne? War vorher das für ein trauriger, gelangweilter Hunden. Jetzt guck den mal beim... Haha, wie nass! Guck den mal beim Buddeln an, ne? Ist schon stark. Was ist los, Kalimäen? Kalimäen? Ja, geht so nicht, ne? Warte, ich muss dich nochmal hochschuppen, so. Hier. Wäre schön, wenn ich mal statt eures Hinterns auch mal euer Gesicht zu sehen bekäme. Ja genau, Dreck fressen, ihr kriegt ja auch nichts zu essen, ist klar. Steli, halt mal dein Gesicht in die Kamera, das ist nicht sehr ladylike immer mit deinem Po. Ne? Ne? Ah, nochmal einmal um die rumlaufen. Die Karte ist eh gleich voll. Noch ein paar Sekunden. Irgendwann habe ich jetzt wieder den Hintern. Dreh doch gar nicht. Genau, dreh dich mal rum, du Krake. Ach, habe ich nicht gesagt, zwei Minuten, ne? Soll man von einem Mann auch erwarten. Zwei Minuten später kaputt. Äh? Komm, Kalimas, geh mal wieder runter! Deixa wir mal runter... ...oh, äh... Warte, Kalimas, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Ja, ich knurre dich doch. Nein, nicht die Kamera! Hilfe! Oioioioioi! Kleiner!